Wie mobst es dir? Eins in den Chat Oha Kruzifix Hindern Räucherstäbchen während einer Jagd EMF Reader Betty Moore Betty Moore Betty Moore Betty Moore Betty Moore Oh Gott verrückt Verrückt Junge Betty Betty Betsy Oh Als ob Wo hast du das her Betsy? Das ist Name Achso, ich dachte du hättest ihn aus einem speziellen Grund gesagt Nein, wieso? Scrups Oder Wegen Dings oder was, Cox? Ja Ich liebe Cox Ja, wer liebt keine Cox Oha Er ist auch in einer Folge Oh Gott Der Junge Hier, ich hab nen Hut für dich, guck mal hier Das find ich geil Find ich schon richtig geil Find ich schon richtig geil Sind alle hier oben oder was? Oha als ob, ich geh immer hoch Ich geh ganz hoch, ich hab hier, ich bin hier, ich bin hier Schnauze Schnauze Jetzt müsste man überlegen, dass das wirklich aus dem Spiel kommt und nicht von euch So weil's neu ist Wie die ganze Zeit, haha, Trottel, hör auf damit, hihi Alter, das klang grad aber echt nicht normal ey Jakob, wie machst du das? Und der rülpst Klingt wie so ein richtig richtig kaputtes Dingster, wie heißt der Ding? Ich kann mir nicht erklären, warum die Leute zuschauen sollten Jakob, bist du ein richtig kaputter Geigerzähler? Richtig kaputt reicht doch schon Ich hab nix gehört, was meint ihr? Okay Oh Achtung, ist irgendwo ein Creeper unterwegs Das ist bloß dein Traum, er wird Predator werden, weißt du Seht ihr den Creeper auch? Oh Gott, bitte Ich muss gehen, ich muss gehen Bruder muss los Also die Häuser hier sind echt alles staubig Du bist staubig Ey, kannst du mich hören? Äh, hat jemand ne Geisterbox dabei? Ja, ich, kannst du mich hören? Wo Zeig bist du? Wo Zeig bist du? Wo Zeig bist du? Junge Boah, das ist nicht, das ist zwei oder IQ, weißt du? Du fragst zwei Fragen hintereinander gleichzeitig, weißt du, dann ist der Geist ganz verwirrt Hintereinander oder gleichzeitig oder bist du verwirrt? Hier Hier! Siehst du, ich sag doch, es funktioniert Hier! Wo war denn jetzt hier? Flur Nett im Eingangsbereich Möchtest du mit mir auf der Couch chillen? No! Ich glaube nicht, dass er dir dazu antwortet Ich glaube, ich habe Steps auch gehört hier drin Haben sie Lust auf Netflix und chill? Warten sie Ich bin nicht dran Lass mich über Augen, du, hier, Steps Sag wieder Ich würde jetzt gerne sehen, dass er die Tür zugeht und er hantet Wallah, da gibt's 1 Dollar Wetter, da gibt's Hm Wallah Ops Jakobs komische Messer-Stichereien haben Geister-Event getriggert Diesmal brauchen wir's aber nicht Äh, wollen wir mal gucken, was es noch sein kann? Poltergeist-Gin-Mare-Yokai Yo-Kai Kai, ich hab dir was mitgebracht Geister-Ops Überraschung Schliert, 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 Schliert schliert, 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 Schliert Ja Pla,cla,pla Pla, pa, pa Was hast du, was, bleib mal stehen, was hast du da eigentlich? Ein Messer Das Küchenesser, das hatten wir vorhin auch die ganze Zeit Ja, komm, wenn er dein Auge rein, Junge Poltergeist-Gin-Mare, yo-kai Poltergeist-Gin-Mare-Yokai Äh, Buch Buch Nur Orbs Box und... Was Box und Orbs? Gefrier imf oder fingerabdrücke auf geht's auf die tinkie winky tipps lala dann werde ich jetzt das ist standard bei mir fingerabdruck fingerabdruck ja hat fingerabdruck fotografiert fingerabdruck jetzt können wir noch wir haben alles andere noch ja genau können wir gucken dass wir das noch machen vielleicht gruppenfoto gruppenfoto alle aufstellen ineinander ineinander sag ich nimmst du doch ihr habt sara voll verdrängt poltergeist das warst du aber weil sie halt auch harte arme hat oh guck mal wir haben eine interaktion fotografiert dabei so einmal sanity bitte einmal räucherstäbchen bitte räucherstäbchen kruzifix emf reader ok also kruzifix liegen beide drinnen ich habe ein feuerzeug genommen also der soll während des hans während des hansi ja geiß ich habe eins ich habe eins hat noch jemand ein feuerzeug hat jemand von euch ein feuerzeug ich nicht wie geht das noch mal mit dem zünden mit rechts greck aber während er hantet er und nicht so wie er er hat das feuerzeug und direkt falsch gemacht weil er hat sie jetzt aktiviert ich gebe dir das feuerzeug selber honk an mit einer kolme ich wollte einfach nur spaß haben mit meiner glückspfeife ja ich wusste ja nicht dass ihr so dagegen seid ja halt mal lieber deinen schnauzen und koch mal was zum kochen du lieber deinen schnauzen ich habe ein schlosserball ja deswegen koch doch mal was hier ist ein kochbuch chili chili ich koch deine eier chili 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 ah Junge gönn doch nicht so dschungelprüfung mach mal cooking pro die mongose die verrückten mongos siehst du siehst du das da hinten in diese glas ach also ich lese vor ich lese vor colorful tasty colorful tasty idea for easter eggs how to call me mother-in-law with a simple appetizer bloody mary ich glaube das da hinten in dem glas das ist eine eier bloody bloody mary telefon jonathan apfeld hallo ach der ist immer noch das ist ein klassiker elefantenjagdfeind tötet was tötet was gar nicht was wir tun alter jetzt dachte ich es geht los nicht so aufgeregt joh mandy moore wer hat die kruzifixes wetsi hübenwas achso ok die betty war es glaube ich krupsi betty power uri uri tori uri tori was ist denn los mit dem scheiß wie haben wir jagt das nicht ey arschloh ich gehe mal den namen herausfinden balko tako tako balko bobby moore evin moore äh äh wo bist du wo bibst du wir haben keine angst Du brauchst ne Kamera, dann kannst du das Feature borden Oh! Komm! Das ist gar nicht mehr Mach Feuerzeug früh an, okay? Okay Kleine Taschenlampe, brenn Das mit der Angst war vielleicht auch gelogen Ich hatte doch Angst Mopsy hatte keine Angst Der hat sein Teddy im Blick gehabt Wo bist du? Ach ja, und wo war ich da? Ja, ich hab dich komfortiert mit dem Feuerzeug Ähm, ich hab noch ein Feuerzeug, falls jemand braucht Wollen wir mal gucken, ob das abgehakt ist So? Oh Oh shit Mann, ich wollte auch nochmal die Hand zum Scheiß rein Da haben wir aber klug gehabt Da haben wir aber klug gehabt Vor allem hat das mit dem EMF-Reader nicht geklappt Oh, und das mit dem Raucherstäbchen auch nicht WTF Ja Die Raucherstäbchen Genau, hier ist richtig, jetzt aber schärfst du Hahahaha Hahahaha Armes kleines Schweinchen, ey Schau ihn dir an hier, der mit Stylis ist doch noch gestorben Oh, guck mal, und er hängt da Hahahaha Look at my Dab Er hat doch erst so Charmabots gefunden Oh nein Was geht auch da hinfliehen? Junge Ich weiß solche Sachen nicht mehr Haben wir noch Raucherstäbchen? Ja, eins hab ich noch Ich hab auch noch eins Oh, gleich geht's los Gleich EMF fiept Auf geht's Wo ich hinlaufen soll Äh, hier lang ist immer gut Richtung Küche und dann weiter Wir sollten den Plan, den Geist direkt verraten Damit er weiß, wo es lang geht Der weiß immer, wo es lang geht, oh yeah Der weiß immer, wo es lang geht, oh yeah Ich hab das Gefühl, er wusste wirklich, wo es lang geht Er hat nämlich Colty erwischt Im Flur Ich glaub, der kam von oben Ich hab deine Kopfkamera gesehen Ich hab deine Kopfkamera gesehen Es war auf ihn zugekrochen Mopsy, wenn der Geist von oben kam, gekrochen Dann schmeiß mir mal was vor die Füße Okay, falls nicht, werfen wir jetzt mal was vor die Füße Ich glaub Mopsy will nicht schummeln Ah Äh Kam er von hier? Nein, von da kam er nicht Da war sie eben drin versteckt Ja, aber da war Mopsy auch drin versteckt Ja, aber da war Mopsy auch drin versteckt Ich hab kein Foto! Da ist er! Also das Einzige ist, wenn die Räucher schäbzen Die spielen Ja Ja gut, dann lass gehen Ich verstehe kein Wort Ich verstehe dich nicht Ja, dann lass gehen So ihr Schweinchen habt ihr einen Poltergeist, oder? Ja Dann fahren wir Jupp Jetzt muss Sarah noch sterben Keiner stirbt hier